so willkommen zurück wir haben uns jetzt vorgenommen auf einen krassen berg hoch zu fahren oh mein gott ich habe höhenangst und dann laufen wir oder steigen einen fernsehturm rauf also früher konnte man das ob es noch heute geht weiß ich nicht ich denke allerdings ja steigen fernsehturm hoch und dann hat man mega krassen ausblick das sind der turm alleine hat mindestens keine ahnung 50 100 meter mehr glaube ich und man sieht über den ganzen schwarzwald bis nach frankreich rüber und da kann man einmal um den turm herumlaufen soviel ich noch weiß auf jeden fall ich gehe da kurz hin zeige euch die aussicht und renne wieder runter sicher dann melde ich mich zurück ihr seht ja hier läuft man den berg hoch und hier fährt man ihn zum glück hoch weil jetzt laufen und es geht wirklich steil hoch die straßen sind sehr gut ich habe die viel schlechter in erinnerung der roller kommt auch sehr gut hoch überraschend aber es wird noch steiler werden oh ja oh ja da wird es wirklich steiler und steiler hat man hier schon einen coolen blick langweilig langweilig er zieht den wheelie hier hoch moment 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 und das ist gut wie ein Wheelie den Berg hoch naja, Spaß muss sein aber wir haben es gleich, da ist der Turm boah, aber diese Kurven die sind hier immer echt pervers die sind hier, da ist der Turm oh mamma mia wohl nicht oh shit ja wir tun wir tun was für die Greta ja wir sind eh nur immer am bremsen, also wozu sollten wir die Motoren anmachen ja aber es ist schon eigenartig als hätte ich einen E-Roller eine E-Jet hier es fehlt nur das es fehlt nur das Pfeifen wenn sich das Autofaden so anhört fahr ich nie wieder Auto quiekt und macht und tut warum ich dachte auch E-Roller ich glaube das habe ich schon gesagt aber der Motor geht oh stinkt das das ist okay so wie das raucht, voll blau ich will Gas geben so geil, ich will Gas geben, aber es kommt nichts das ist auch eine gute Idee mir würden die Eier weh tun oh man, ich kann kein Gas geben was ist das geil vorne halt